Ein wunderschöner Tag für Ries und Müller. Ein langer Wunschtraum gegen Erfüllung. Ein eigener Produktionsort gestalten hat uns von München in einer perfekten, wunderschönen Umgebung. Super Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und ich denke auch bei der Gemeinde, dass wir uns herzlich willkommen sind. Besser könnte es gar nicht sein. Ja, wir haben natürlich hier ganz viel Neues errichtet, aber wir nehmen auch schöne Traditionen aus weiterer Stadt mit. Zum Beispiel stehen wir hier gerade im Empfangsbereich, wo man einen schönen Blick in die Produktion hat. Das hatten wir früher schon, das haben wir jetzt wieder. Einfach dieser enge Kontakt auch zwischen den Mitarbeitern in den Büros und der Produktion. Dieses enge Miteinander, weil wir ja letztendlich gemeinsam an den Fahrrädern bauen. Und das kommt in diesen Räumlichkeiten auch eben räumlich zum Ausdruck. Und insofern finden wir hier genau das vor oder haben genau das Erschaffen, wie wir uns das erträumt. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020